so halli hallo willkommen hier zu der division ich will euch mal kurz was zeigen wenn das spiel rumspinnt und rumbackt also bei mir ist es teilweise extrem es kommt immer darauf an es ist nicht immer so aber gerade wenn ich jetzt alleine eine gruppe suche und muss mich in einer anderen gruppe anschließend das spiel praktisch überträgt mich dann auf der neue karte zu der gruppe dann könnt ihr jetzt mal schauen was da passiert ich will jetzt gleich hier beitreten wird gleich sehen moment jetzt kommt der beitritt zu der neuen gruppe dann und schaut automatisch ich kann nichts dagegen machen das ist immer so ich habe das die fehlerberichte schon zu ubisoft geschickt aber ich weiß nicht ob es die interessiert oder irgendwas aber ich fall dann grundsätzlich durch die karte das werdet ihr gleich sehen kann dagegen gar nichts machen das einzige was mir übrig bleibt ist aus der gruppe auszutreten und dann das ganze spiel neu zu starten das ist nicht der erste bug den ich da gefunden habe der bei mir ständig auftritt ich habe dann noch in den kann ich gerne später noch anhängen aber der hier ist immer wieder extrem und ich finde es einfach mal eine freche dass dagegen gar nichts gemacht wird obwohl ich das schon x mal geschrieben habe im forum und auch die fehlerberichte halt zu ubisoft sende so ist es halt gut das wollte ich euch mal gezeigt haben dann sage ich mal bis später in der runde so wie es jetzt ist euer highspeed bis dann ciao ciao bye bye